Willkommen zu den Modding Tutorials für die Giants Engine bzw. für den Landwirtschaftssimulator. In den folgenden Videos werden wir lernen, Maps für den Landwirtschaftssimulator zu bearbeiten, 3D-Modelle in die Engine zu integrieren und eigene Mods zu erstellen. Für unsere Arbeit benötigen wir als erstes den Giants Editor. Diesen finden wir zum einen direkt auf der DVD über das Giants Engine SDK Panel, zum anderen können wir den Giants Editor im Internet im Giants Developer Network finden. Um auf das Giants Developer Network, kurz GDN, zu gelangen, können Sie ganz einfach den Weblink unterhalb des Videoplayers drücken. Für das GDN brauchen wir einen User Account, das heißt, wir müssen uns zunächst registrieren und können uns danach mit unseren Daten anmelden. In der Menüleiste finden wir den Tab Downloads. Hier laden wir uns die aktuellste Version des Giants Editors herunter. Dieser ist nur für Windows verfügbar. Danach können wir den Editor installieren. Dieser wird im normalen Programmeverzeichnis abgelegt. Und nach geschehener Installation finden wir den Giants Editor unter Start, Alle Apps, Giants Editor.